Synthia Hoffman, genannt Sissi, wurde am 8. Oktober 1999 in Anchorage, Alaska als Tochter ihrer Eltern Timothy und Barbara Hoffman geboren. Sie wuchs in einer großen Familie mit einer Reihe von Geschwistern auf und war für ihr gutes Herz bekannt. Nach ihrem Abschluss an der Robert Service High School besuchte sie das alternative Berufsausbildungsprogramm. Ein Programm, das laut Website, Kommunikation, soziale Fähigkeiten, Transport, Erholung, Freizeit, unabhängiges Leben und berufliche Fähigkeiten in der Gemeinde vermittelt. Sissi brauchte etwas mehr Unterstützung, weil sie entwicklungsverzögert war und mit 19 Jahren die geistigen Fähigkeiten eines Siebtklässlers hatte. Nach ihrem Schulabschluss arbeitete Sissi im Handwerksbetrieb ihres Vaters und besuchte Baustellen, wo sie unter anderem beim Mischen von Beton und beim Ausmessen half. Die beiden standen sich sehr nahe und sie war bekannt als die rechte Hand ihres Vaters. Sie war sehr vertrauensvoll, liebevoll und auch ein wenig naiv. Alles, was sie wollte, waren Freundschaften und leider nutzten einige Leute ihre Freundlichkeit aus. Am 2. Juni 2019 erhielt Sissi eine SMS von ihrer besten Freundin, Denali Bremer. Diese fragte sie, ob sie mit ihr zu den Thunderbird-Wasserfällen wandern wolle. Sissi hatte Denali kennengelernt, als sie noch die Service Highschool besuchte. Sissis Vater erinnerte sie später an das Verhältnis der beiden. Er sagte folgendes. Sie wollte einfach nur Freunde. Eines Tages traf sie Denali und ich glaube, Denali ging auf dieselbe Schule, das wusste ich damals nicht. Und sie dachte, sie hätte die allerbeste Freundin. Sie kam nach Hause und strahlte. Papa, ich habe endlich einen Freund. Die Thunderbird-Wasserfälle sind ein beliebtes malerisches Wanderziel, das etwa 30 Minuten außerhalb der Stadt liegt. Er ist bekannt für seinen kilometerlangen Pfad inmitten eines Birkenwaldes, der zu einer Schlucht mit einem schönen Aussichtspunkt auf den Wasserfall führt. Der Ort ist sehr schön und es war auch ein schöner Sommertag, also sagte Sissi der Wanderung zu. Sie fuhren als Gruppe, darunter die 18-jährige Denali und der 16-jährigen Caden Mick Eintosh im Auto des 19-jährigen Caleb Leyland. Zwei weitere Jugendliche waren auch in irgendeiner Form beteiligt, deren Namen nicht genannt worden, weil sie zu dem Zeitpunkt noch minderjährig waren, aber man weiß nicht, inwieweit sie beteiligt waren. Sie holten Sissi von zu Hause ab und fuhren mit ihr zu dieser Wanderung zu den Wasserfällen. Als sie am Wanderweg ankamen, wusste Sissi noch nicht, dass sie eigentlich keine Wanderung unternehmen wollten. Stattdessen wurde Sissi auf den Rücken gebunden und mit Klebeband einen Füßen fixiert. Anschließend soll Caden eine Kugel auf Sissi abgegeben haben, bevor sie ihren Körper im Fluss ablegten. Danach versuchten sie, ihre Spuren zu verwischen. Denali schrieb Sissis Familie eine SMS, um ihnen mitzuteilen, dass sie Sissi auf ihren Wunsch hin in einem Park abgesetzt hatten. Dann fuhren sie in einen anderen Park, wo sie alle ihre persönlichen Gegenstände einschließlich ihrer Handtasche und der Tatwaffe verbrannten. Später an diesem Tag sollte Sissi eigentlich ihren Vater im Geschäft besuchen, um das Geld abzuholen, das sie bei einem in Auftrag verdient hatten, den sie kürzlich mit ihm zusammen erledigt hatte. Als sie nicht auftauchte, begann ihr Vater, sich Sorgen zu machen. Er wusste, dass Sissi an diesem Tag mit ihrer besten Freundin wandern war. Also schrieb er Denali eine SMS, um zu erfahren, ob sie etwas weiß. Denali behauptete, sie habe Sissi seit dem Tag nicht mehr gesehen oder auch nicht von ihr gehört, als sie dann die Gruppe nach der Wanderung in einem Park abgesetzt hatte. In dem Textaustausch wirkte Denali verwirrt und verzweifelt über Sissis Verschwinden. Sie bot ihre Hilfe an und sagte, sie würde die Ohren offen halten, falls sie etwas hören würde. Sissis Vater hatte zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, was mit seiner Tochter geschehen war und wie ihre angeblich beste Freundin darin verwickelt war. Als Sissi am nächsten Morgen immer noch vermisst wurde und telefonisch auch nicht zu erreichen war, beschloss der Vater, dass es an der Zeit war, seine Tochter bei der Polizei als vermisst zu melden. Die Polizei nahm die Details auf und ließ ihn wissen, dass sie nach ihr suchen würden. Aber er konnte sich nicht einfach zurücklehnen und darauf warten, dass die Polizei sie finden würde. Er konnte nicht aufhören, über seine vermisste Tochter nachzudenken, darüber, wo sie sein könnte und ob sie in Gefahr war. Also stellte er seinen eigenen Suchtrupp mit Freunden und Familie zusammen. Sie überprüften alle Orte, an denen sich Sissi gewöhnlich aufhielt, fragten herum, ob jemand sie gesehen hatte und hielten Kontakt zu ihrer besten Freundin, den Nali, für den Fall, dass sie sich an sie wenden würde. In den lokalen Nachrichtensendern baten sie darum, dass sich jemand mit Informationen meldet. Aber sie kamen einfach nicht weiter. Am anderen Ende der Stadt erinnerte sich Nicole House daran, dass sie von ihrer Teenager-Tochter eine Geschichte gehört hatte, die zu unglaublich schien, um wahr zu sein. Nicole ist die leibliche Mutter von Denali Bremer, aber die beiden hatten bis vor kurzem nichts miteinander zu tun gehabt. Als Denali etwa 18 Monate alt war, wurde sie von einer befreundeten Familie adoptiert, weil ihre Mutter nicht in der Lage war, sich um sie zu kümmern. Erst in den letzten sechs Monaten hatten Mutter und Tochter wieder zueinander gefunden. Nun stand ihre entfremdete Tochter mit einer unvorstellbaren Geschichte vor ihrer Tür. Denali erinnerte sich zusammen mit ihrem Freund Caden McEintosh daran, wie sie wenige Tage zuvor mit einer anderen Freundin, C.C. Hoffman, zu den Thunderbird-Wasserfällen gefahren waren. Dort hatte Caden eine Kugel auf C.C. abgegeben, die sie in den Hinterkopf bekam und dann hatten sie ihren Körper im Fluss abgelegt. Und was war der Grund? Denali hatte online einen Mann kennengelernt, mit dem sie jetzt zusammen war. Sein Name war Tyler. Er kam aus Kansas und er war zufällig Millionär. Tyler hatte eine Fantasie und er war bereit, Denali für die Verwirklichung dieser Fantasie großzügig zu bezahlen, mit 9 Millionen Dollar. Als Gegenleistung für die Millionen wollte Tyler Videos und Fotos davon, wie jemand ums Leben gebracht wird. Denali wählte C.C. aus und rekrutierte andere Leute, darunter Caleb Leyland, Caden McEintosh und zwei weitere ungenannte Teenager, die ihr im Austausch gegen einen Teil des Geldes bei der Tat helfen sollten. Jetzt, da C.C. verstorben war, warteten sie nur noch darauf, ihre Millionen von Tyler zu kassieren. Es war eine absurde Geschichte und zunächst glaubte Nicole ihr nicht. Sie kannte ihre Tochter Denali nicht besonders gut, weil sie sie nicht großgezogen hatte, aber sie konnte sich nicht vorstellen, dass sie so etwas Schreckliches für einen Fremden tun würde, den sie im Internet kennengelernt hatte. Erst als Nicole C.C.'s Vater in den Nachrichten sah, der sie um Informationen über das Verschwinden seiner Tochter bat, bekam sie ein flaues Gefühl im Magen und erkannte, dass Denali die Wahrheit gesagt hatte. Nicole ging daraufhin sofort zur Polizei. Mit diesen Informationen im Gepäck wussten die Ermittler genau, wo sie nach C.C. suchen mussten, bei den Thunderbird-Wasserfällen. Am 4. Juni 2019, nur zwei Tage nach Eingang der Vermisstenanzeige wurde C.C.'s Körper aus dem River geborgen. Zwei Tage später, am 6. Juni, wurde Denali Bremer zum Verhör vorgeladen. Es dauerte nicht lange, bis sie sich gegen ihre Freunde wandte, genauso wie sie es mit C.C. getan hatte. Sie erzählte der Polizei, dass sie mit ihren Freunden zum Wasserfall gegangen sei, wo sie sich gegenseitig mit Klebeband umwickelt fotografieren wollten, nur einfach so zum Spaß. Dann sei Caden zu weit gegangen. Er bedrohte C.C. mit einer Waffe und gab dann die Kugel ab. Zu Denali schrecken und entsetzen. Sie leugnete einen Plan oder eine Ahnung davon gehabt zu haben, dass er so etwas C.C. antun würde. Die Polizei konnte einen Durchsuchungsbefehl für Denalis Handy erwirken und fand dabei hunderte von Nachrichten zwischen Denali und diesen Tyler, den sie in ihrer Kontaktliste liebevoll Babe genannt hatte. Der Nachweis lag in ihren Textnachrichten. Sie fanden Nachrichten zwischen Denali und Tyler, in denen er davon sprach, dass er Millionär sei, in Kansas lebe und eine verdrehte Fantasie darüber habe, wie er jemanden ums Leben bringen wolle. Er machte mit Denali einen Deal. Im Austausch gegen 9 Millionen Dollar würde sie jemanden aus Alaska ums Leben bringen und das Ereignis mit Videos und Fotos festhalten. Das schreckliche Video von C.C.'s letzten Momenten war noch auf Denalis Handy gespeichert. Denali hatte mehrere Fotos und Videos gemacht, die das Ganze dokumentierten und diese an Tyler geschickt. Aber das war noch nicht alles, was gefunden wurde. Während die Ermittler nach Details suchten, die mit C.C.'s Ableben zu tun hatten, machten sie eine weitere beunruhigende Entdeckung. Grafische Fotos und Videos, die zwischen Denali und Tyler ausgetauscht wurden, zeigten, wie Denali zwei Minderjährige schändete. Einer war 8 oder 9, der andere 15 Jahre. Tyler wies sie nicht nur an, jemanden ums Leben zu bringen und dies zu filmen, sondern er wies sie auch an, Minderjährige für ihn zu schänden. Denali willigte ein, um ihren Online-Freund Tyler glücklich zu machen und einen Teil seiner Millionen zu bekommen. Wer also war dieser Millionär Tyler aus Kansas? Wie sich herausstellte, war er ein 21-Jähriger aus Indiana namens Darwin Schillmiller. Die Polizei konnte ihn anhand von Mobiltelefonaufzeichnungen aufspüren. Es war nicht das erste Mal, dass er mit einem Fall von Schändung in Verbindung gebracht wurde. Als Denali erfuhr, dass ihr millionenschwerer Freund Tyler nicht der war, der er vorgab zu sein, schien sie schockiert zu sein. Sein Name? Gefälscht. Sein Geld? Nicht echt. Seine Fotos? Jemand anderes. Sie war unglaublich naiv, eine so absurde Geschichte zu glauben und leider schien es nicht viel Überzeugungsarbeit zu brauchen, damit sie sich auf diesen Plan einließ. Sie wählte ihre beste Freundin Sisi, weil Sisi ihr vertraute. Es war ein leichtes für sie, sie in eine abgelegene Gegend zu locken und sie dort ums Leben zu bringen. Nachdem alles aufgedeckt wurde, gestand Denali ihre Rolle bei der Tat an Sisi und die Taten an den zwei Minderjährigen. Sie wurde zusammen mit ihrem Online-Freund Darren Schillmiller und ihren 16-jährigen Freund Caden McIntosh, der den Abzug betätigt, angeklagt. Der 19-jährige Caleb Leyland wurde ebenfalls verhaftet, weil er den Jugendlichen sein Auto geliehen hatte, das bei der Tat benutzt wurde und dafür 500.000 Dollar, der 9 Millionen Dollar erhalten sollte. Zwei weitere Jugendliche wurden im Zusammenhang mit der Tat an Sisi verhaftet, deren Namen jedoch nicht veröffentlicht wurden, da sie zum Zeitpunkt der Tat noch minderjährig waren. Bei seiner Verhaftung durch die Polizei gab Darren Schillmiller zu, Sisi als sein Ziel ausgewählt zu haben, als sie ihm von Denali präsentiert wurde. Er gab auch zu, mehrere Fotos und Videos von Sisi vor, während und nach der Tat erhalten zu haben und dass er und Denali Pläne hatten, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Opfer zu suchen. Schillmiller gab zu, dass er mit anderen Frauen sprach, um diese ebenfalls dazu zu bringen, seine Fantasien auszuleben. Es besteht kein Zweifel daran, dass er, wenn er nicht erwischt worden wäre, dies wieder getan hätte und es weitere Opfer gegeben hätte. Denali bekannte sich der Tat schuldig und wurde zu 99 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Richter, der den Prozess leitete, bezeichnete das Video von Sisis letzten Momenten als eines der schwierigsten Beweisstücke, die er in dieser Position je zu sehen bekam. Die Tatsache, dass Denali in der Lage war, diesen kalkulierten Plan auszuhecken und das Video ohne jegliche Emotionen aufzunehmen, zeigte, wie rücksichtslos sie wirklich ist. Und das war ein wichtiger Grund, warum der Richter sie nicht nur wegen ihres Alters schonen wollte. Derwin Schillmiller, alias Tyler, bekannte sich ebenfalls schuldig und wurde ebenfalls zu 99 Jahren verurteilt. Caden McIntosh, der zum Zeitpunkt der Tat 19 Jahre alt war, wurde ebenfalls zu 99 Jahren Gefängnis verurteilt. Caleb Leyland, der 16 Jahre alt war und zugegeben hat, Denali das Auto speziell für die Tat im Austausch gegen 500.000 Dollar geliehen zu haben, soll bald im Juni verurteilt werden. Einige Leute meinen, dass er aufgrund seines jungen Alters und der Tatsache, dass er nicht dabei war, als die Tat ausgeübt wurde, mit einer geringeren Strafe davonkommen sollte. Aber er war bereit, 500.000 Dollar als Gegenleistung für die Beihilfe zu akzeptieren. Er saß schweigend da, als Denali seine Autoschlüssel an sich nahm, obwohl er wusste, dass sie rüberfahren würde, um jemanden ums Leben zu bringen. Er hätte derjenige sein können, der diesen Plan ein Ende setzt, bevor jemand zu Schaden kommt, doch stattdessen tat er nichts.